Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Herr Zick, Fußball-Europameisterschaft 2016. Mit diesem Stichwort ist sofort das Interesse und die Aufmerksamkeit von vielen von Ihnen gewonnen und selbstverständlich fiebern wir alle mit der deutschen Elf oder auch mit anderen Elfen mit. Auch unser diesjähriger Kommunikatorpreisträger Andreas Zick fiebert mit, ist er doch selbst ein großer Fußballfan, wie wir gerade im Film schon gehört haben. Allerdings richtet sich seine Aufmerksamkeit nicht auf die Spiele selbst, sondern auf eine sehr unschöne Begleiterscheinung des Phänomens Fußball, nämlich auf die Gewalt im und um Stadion. Auch und auch wir waren alle zuletzt wieder schockiert und empört über die hässlichen Szenen, die sich in Frankreich vor, während und nach den Fußballspielen abgespielt haben. Solche Gewaltausbrüche gibt es aber nicht nur im Fußball. Die Berichterstattung in den Medien ist voll davon. Leider Gewalt im Zusammenhang mit Fremdenfeindlichkeit, mit Rechtsextremismus, Gewalt unter Jugendlichen, Gewalt und Diskriminierung gegen Minderheiten, Gewalt gegen Frauen, siehe die Silvesternacht in Köln. Die Liste ist erschreckend lang. Woher kommt diese Gewalt? Woher kommen Rassismus, Extremismus, Vorurteile, Menschenfeindlichkeit? Was sind die Formen und Folgen innergesellschaftlicher Konflikte, Diskriminierung und Gewalt? Wie kann man das zugrunde liegende Gruppenverhalten erklären, wie den Einfluss des Internets und moderner Kommunikationsformen auf deren Entstehung? Durch was werden diese Phänomene befeuert? Wie kann man sie eindämmen? Welche präventiven Maßnahmen sind geeignet? Dies sind Fragen, mit denen sich die Konfliktforschung, ein Teilgebiet der politischen Soziologie, mit vielen wichtigen interdisziplinären Querverbindungen, zum Beispiel zur Psychologie und zur Theologie, beschäftigt. Der Preisträger des diesjährigen Kommunikatorpreises, Andreas Zick, ist ein international besonders ausgewiesener Wissenschaftler auf diesem Gebiet, der sich seit 20 Jahren mit diesen Themen und genau diesen wissenschaftlichen Fragen beschäftigt. Zuerst ein paar Worte zum Werdegang von Andreas Zick. Nach dem Studium der Theologie, Sozialwissenschaften und der Psychologie in Essen und Bochum war er von 1990 bis 2005 wissenschaftlicher Mitarbeiter und Assistent am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften der Bergischen Universität Wuppertal. 1996 wurde er bei Ulrich Wagner, den wir ja gerade im Film schon gesehen haben, an der Fakultät für Psychologie der Philips-Universität Marburg mit der Dissertation Vorurteile und Rassismus, eine sozialpsychologische Analyse zum Dr. Rehanath promoviert. Die Arbeit entstand im Rahmen eines durch den bekannten Psychologen und Gruppendynamikforscher James S. Jackson betreuten internationalen Forschungsprojektes zur Ausgrenzung ethnischer Minderheiten in Europa im Zusammenhang mit dem Institute for Social Research der University of Michigan in Ann Arbor in den USA. 2006 und 2007 vertrat er die Professur für Sozialpsychologie an der Technischen Universität Dresden und 2007-8 eine Professur an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. 2009 habilitierte er sich in Psychologie an der Philosophischen Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg mit der Arbeit Sozialpsychologie der Akkulturation, Neufassung eines Forschungsbereiches. Vermutlich daher kommt Ihre Freude an diesem Wort. Seit 2008 ist er Professor für Sozialisation und Konfliktforschung an der Universität Bielefeld und seit 2013 leitet er dort als Direktor das Institut für Interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung. In seiner Forschung beschäftigt sich Andreas Zick mit theoretischen und empirischen Analysen zu unterschiedlichen Formen, Ausmaßen und Ursachen von innergesellschaftlichen Konflikten, Diskriminierung, Vorurteilen, Gewalt und Menschenfeindlichkeit. Um Ihnen ein Gefühl für die Vielfalt der Forschungsthemen zu geben, seien beispielhaft ein paar ausgewählte Forschungsprojekte genannt. Zum Beispiel Radikalisierung zur Gewalt, systematischer Vergleich der Ursachen islamistischer Gewalt mit School-Shootings. Oder Wege in den Islamismus, Analyse der Sozialisation von jungen Menschen zum extremistischen Islamismus. Oder ganz aktuelles Projekt, die Dynamiken von Peer-Netzwerken und deren Einfluss auf Jugenddeninquenz. Viele von Zicks Forschungsthemen sind von hoher Aktualität und stehen gerade in diesen Monaten im Mittelpunkt der gesellschaftlichen und politischen Debatte. So etwa die Diskriminierung von und Gewalt gegen ethnische und religiöse Minderheiten oder radikale Einstellungen und Gewalt von Jugendlichen und natürlich ganz aktuell von Fußball-Hooligans. Mit diesen Themen beschäftigte er sich aber nicht erst im Zuge der aktuellen Ereignisse. So befasste sich schon seine Diplomarbeit aus dem Jahr 1988, die er übrigens wie alle seine Abschlüsse mit Auszeichnungen bestanden hat. Mit Ideologie als Gruppenphänomen, Studien zur Einstellungsänderung im Kontext von Gruppen. Andreas Zick ist auf seinem Gebiet international bestens ausgewiesen. Seine Publikationsliste umfasst 17 Seiten. Viele Artikel sind in den angesehensten internationalen Zeitschriften veröffentlicht. Er selbst ist in den Herausgeberbeiräten von fünf internationalen Zeitschriften aktiv. Unter anderem ist er Chief Editor des International Journals of Conflict and Violence Research. Sein ausgezeichnetes wissenschaftliches Standing zeigt sich aber auch bei der überaus erfolgreichen Einwerbung von Brit-Mitteln, auch von der DFG übrigens. Genannt sei hier beispielhaft das Graduiertenkolleg GRK 884, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, Ursachen, Phänomenologie und Konsequenzen, das er als einer von zwei Sprechern von 2004 bis 2012 überaus erfolgreich geleitet hat. Heute soll aber nicht, zumindest nicht nur, die wissenschaftliche Exzellenz der Forschung von Andreas Zick im Vordergrund stehen, sondern die engagierte, mediale und öffentliche Vermittlung dieser Forschungsergebnisse. Und hier ist es bei Herrn Zick für einen Laudator eine sehr schwierige Aufgabe, sich kurz zu halten, auch wenn ich die halbe Stunde, die Herr Strohschneider sich schon verschrieben hat, auch hier mit Sicherheit einhalten werde. Und hier ist es bei Herrn Zick vor allem auch, Entschuldigung, vor allem auch, da er diese Vermittlung ebenfalls, nicht nur die Forschung, vom Beginn seiner wissenschaftlichen Karriere an als wichtigen Teil seiner Arbeit betrachtete. So thematisierte er zum Beispiel bereits in den 1990er Jahren in Buchveröffentlichungen, Zeitungs- und Zeitschriftenbeiträgen die zunehmende Ausländerfeindlichkeit in Deutschland. Hervorzuheben ist ganz besonders dieser Einsatz als Autor und Vermittler seiner Studien- und Forschungsergebnisse in die breite Öffentlichkeit seit 20 Jahren. In vielen ausführlichen Artikeln, zum Beispiel in der Zeit Online im Tagesspiegel, auf vielen Online-Plattformen und in einer großen Zahl von Broschüren für diverse Adressaten, setzt er sich für eine funktionierende demokratische Gesellschaft ein. Als nur ein Beispiel sei die Broschüre über ein gut gelaufenes Fußballspiel der von ihm eingerichteten Fachstelle für Fußball und Konflikt an der Universität Bielefeld, über die wir ja gerade auch schon gehört haben, genannt. Ich zitiere aus der Pressemitteilung der Universität Bielefeld, dieses Gesamtprojekt, dieses Gesamtprojekt der Kein Stress im Stadion, dieses Gesamtprojekt zielt darauf ab, Fans von Arminia Bielefeld einen moderierten Erfahrungsaustausch zu Gelingensbedingungen für einen guten Stadionbesuch zu ermöglichen. Im Vordergrund steht eine Förderung von Potenzialen zur friedlichen Konfliktlösung beziehungsweise eine Erarbeitung selbstregulierter Handlungsweisen in Stresssituationen. Zitat Ende. Bereits hier sehen Sie, dass Herr Zick überaus diversifizierte und zielgruppengerechte Kommunikationskanäle wählt. So zum Beispiel auch seine Facebook-Seite oder sein Twitter-Kanal, die sich beide vor allen Dingen an Jugendliche, aber auch an ein allgemeineres Publikum wenden. In Zusammenhang mit seinen Beiträgen als Autor möchte ich auch ein paar Zitate aus der Juryarbeit in die Laudatio einfließen lassen. Zick ist sprachlich begeisterungsfähig, sagt ein Juror in der Sitzung wohlgemerkt. Schreibt toll, hat überzeugende Argumente, werden als weitere Qualitäten genannt. Und am tollsten ist, dass die Argumente offensichtlich auch etwas bewirken, wie man zumindest teilweise an den Fans der Arminia Bielefeld in den letzten Jahren sehen konnte. Also ich habe versucht nachzuvollziehen im Internet, ob die Hooligans aus Bielefeld sich anders verhalten als andere Clubs. Und zumindest klang es so, als ob meistens die anderen schuld gewesen wären. Zu den getexteten Beiträgen kommen dann noch zum Beispiel über 90 Vorträge allein in den letzten beiden Jahren mit nicht primär akademischem Publikum, unter anderem in Schulen und Kasernen. Über die eigene Autorenarbeit hinaus ist Andreas Zick in den Medien besonders präsent mit Interviews, Vorträgen, Auftritten auf einer Vielzahl von Veranstaltungen, haben wir auch gerade im Video schon gesehen und so weiter. In der GBI Genius Datenbank für elektronische Presse und Wirtschaftsinformationen sind über 1200 Einträge zu Andreas Zick zu finden. Allein in den letzten beiden Jahren hat er über 100 Interviews gegeben, hatte 50 Auftritte in TV- und Radiosendungen und auf Pressekonferenzen. Einem größeren Publikum ist Andreas Zick zum Beispiel durch die ARD Themenwoche Toleranz bekannt, bei der er allein 2014 an über 30 Sendungen mitwirkte. Wenn man das alles so zusammenrechnet, ergibt sich daraus, rein rechnerisch, jeden zweiten Tag ein größerer öffentlicher Auftritt. Alle Achtung, Herr Zick, dass Sie neben all diesen Aktivitäten noch zum Forschen und Lehren kommen, ist schon außergewöhnlich. Über die Medienarbeit und seine intensive öffentliche Vortrags- und Veranstaltungstätigkeit hinaus bringt Herr Zick seine Expertise zudem in zahlreiche Gremien, Kommissionen und Organisationen ein. Unter anderem in den Expertenkreis der Bundeskanzlerin zum Dialog über Deutschlands Zukunft, den Rat für Migration, dessen stellvertretender Vorsitzender er auch seit 2014 ist, oder den Expertenbeirat des Deutschen Forums für Kriminalprävention. Mit seinen Aktivitäten im politischen Raum beabsichtigt er, politische Entscheidungsträger zu sensibilisieren und, ich zitiere hier einen der Gutachter, somit das Agenda-Setting für mittel- und langfristige Richtungsentscheidungen entscheidend mitzuprägen. Zitat Ende. Und zusätzlich gibt es noch eine enorme Vielzahl weiterer Aktivitäten. So zum Beispiel ganz aktuell ein Science-to-Action-Workshop-Konzept, das er für die Amadeu-Antonius-Stiftung entwickelt und mit dem Nachwuchswissenschaftler und Praktiker gemeinsam Konzepte für eine bessere Prävention und Intervention bei Diskriminierung, Gewalt und Kriminalität erarbeiten sollen. Zick selbst versteht die Vermittlung seiner wissenschaftlichen Arbeit ebenso wie diese selbst, nicht zuletzt als Eintreten für die Demokratie, die, um in seinen Worten zu sprechen, kein Selbstläufer ist. Auch diesen zivilgesellschaftlichen Antrieb, für den sich Zick auch persönlichen Anfeindungen und Bedrohungen ausgesetzt sieht, wie wir ja gerade auch im Film schon gehört haben, würdigt die Jury des Kommunikatorpreises mit der Auszeichnung ausdrücklich. Mit der vielfältigen, langjährigen und besonders engagierten medialen und öffentlichen Vermittlung seiner Forschungsergebnisse zu Ursachen, Formen und Folgen innergesellschaftlicher Konflikte, Diskriminierung und Gewalt steht der Preisträger des Kommunikatorpreises 2016 in den Augen der Jury einzigartig dar. Zum Schluss noch ein Zitat aus der Nominierung. Andreas Zick stellt damit ein leuchtendes Beispiel für die Verbindung wissenschaftlicher Exzellenz mit der Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung dar. Zitat Ende. Dies war auch die einhältige Meinung der Jury. Die Verleihung des diesjährigen Kommunikatorpreises an Andreas Zick erfolgt in Würdigung seiner herausragenden Verdienste in der Wissenschaft und vor allen Dingen der Wissenschaftskommunikation. Sie darf aber auch gerne als ein starkes Bekenntnis zur Rolle der Forschung in einer demokratischen, freiheitlichen und friedlichen Gesellschaft verstanden werden. Lieber Herr Zick, mit Ihnen haben wir in diesem Jahr wieder einen wirklich überzeugenden Preisträger, der diese renommierte Auszeichnung in beeindruckend klarer Weise verdient hat. Gratulation zum Kommunikatorpreis 2016. Applaus